Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zu Castle Story, unserer großen Burgbauaktion hier, die eigentlich im Augenblick mehr daraus besteht, hier was aufzufüllen. Wer hat die wenigstens es geschafft haben, einen Weg nach oben zu machen, dass sie an die restlichen Steine hier rankommen. Die Leiter ist ja gut weggebröselt, Leiter. Die Leiter ist ja gut weggebräst, Leiter ist ja gut weggebräst, Leiter ist ja gut weggebräst. Ja, sind sie halt sehr viel mit rumjumpen beschäftigt, gerade auch. Kommt ihr beide, ihr könnt noch was mitnehmen. So. Ja. Ja. Okay. Nee, nein, da kannst du ruhig mitnehmen. So. Aber ja, es ist gut, dass ich jetzt wieder Ebene für Ebene graben kann. Oh, das ist gut. nicht geht, den ganzen Berg zu untermauern. Oder würde das gehen? Also, wenn ich einfach hier einen Tunnel neben dem nächsten setzen würde. Wisst ihr, was das Experiment ist? Das machen wir einfach mal. So, das heißt, wir haben jetzt zwei Tunnel schon mal. Das heißt, wir brauchen nur einen Tunnel. Hier. Auch nur das Zeug. Und dann brauchen wir noch einen Tunnel. Hier. Auch nur Steine. Und zu guter Letzt hier einen Tunnel. Auch nur Steine. Ja. Auch nur Steine. Oder Steine. Dann. Ja. Hier. Tschüss. Ja. keeps Wenn wir das alles getunnelt haben und es anfängt in der Luft zu schweben, dann lache ich mich kaputt. Weil dann ist wirklich die Gravitation in dem Spiel, die Statik, sowas für... ...Abend. Ich meine, gut, irgendwie muss die Insel schweben. Ja. Das würde ja alles wegbröckeln, aber... Die haben da sicherlich irgendeinen Trick eingebaut, sonst wäre es komisch. Ja. 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 So, dann tunnelt ihr mal, während ich den Query hier cancele. Ja. 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 Das können doch nicht 17 sein. Das war's für heute. So, machen wir es mal so. Aber ja, hier scheint schon ein bisschen was wegzubrechen, da wo sie gerade tunneln. Bin ich echt mal gespannt, was wir hier jetzt produzieren werden. So, machen wir es mal so. So, machen wir es mal so. So, machen wir es mal so. Äh, kein Storage? Oh, kein Storage. Yikes 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 Okay. Das heißt, das Tunneling hier, das wird erstmal aufgeschoben. Ja, jetzt sind es beide richtig. Auf einmal habe ich jetzt gar nicht mehr gearbeitet gehabt, gerade eben. Dass die Storages voll geworden sind. Ganz ehrlich, ich sollte mal irgendwie jemanden schnappen, der ein paar Steine umschichtet. Also jeder schnappt sich einen Stein. Geht dann wieder an seine Arbeit. Also du natürlich an die richtige Stelle. Geht dann? Ja. 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 Ja, du pack den mal dahin und schnapp dir einen neuen. So. Genau, du pack die da hin. Dann machst du mal das hier leer. Ja, die anderen weiter auffüllen. Okay. Und wenn die Stockpile-Reihe leer ist, dann werden wir sie wieder zum Tunneln schicken. So. Ist irgendwie lustig, dass man die Anzahl der Leute, die an einem Tunnel arbeiten sollen, erhöhen kann, aber dann nicht mehr verringern kann. So. 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 Oh? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube so, wenn wir bei 5500 sind, dann können wir mal langsam wieder zum Tunnel übergehen. Hier ist ja noch genug, was gefüllt werden muss. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020